hallo und da sind wir wieder zu einem neuen teil diablo 2 wir waren auf schwarzmoor jetzt gehen wir auf das tamo hochland mal gucken was uns dann hier so erwartet und ihr kennt das prozedere wir gucken uns jetzt erstmal hier um und gucken was wir hier so alles finden den heiltrank trinken wir jetzt kurz dann wollen wir mal gucken was hier sache ist schriftrolle der identifikation brauchen wir nicht wir haben record king mittlerweile befreit und der identifiziert für uns hier jetzt die so da haben wir irgendwas aufgehoben was wir nicht wollten die wollen wir nicht die wollen wir nicht und weiter gehts hier schauen wir dann auch schon alles zu haben so und den trinken wir auch mal damit wir wieder dieses kloster stinkt nach übel und verdammt da will ich aber eigentlich noch nicht hin so stürzt du irgendwie werden das jetzt hier immer mehr gegner gucken wir mal was hier war da ist gar nichts drin dann gehen wir jetzt einfach mal gerade hier runter gucken wir mal was wir hier in dem häuschen finden ein kleiner schild da ist ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das gefällt mir jetzt aber gar nicht So Ich kann nicht noch mehr tragen Ich bin hier aufgeräumt jetzt Wir haben auch unsere Ich bin überladen Dings verloren So dann gucken wir mal Das tun wir da hin Das tun wir da hin Und dann können wir den aufnehmen Und wie soll ich sagen Holen wir uns mal Erst Wo ist er Bleibt ein Weilchen und hört zu Ja, ja Ja, aber du Guten Tag Nee, warte, möchte ich nicht zurücksetzen Ich möchte Handel betreiben Du hast aber nichts interessantes Tschüss Tschüss So Wie sieht das denn hier jetzt aus Ähm Nee, wie wollte ich eigentlich Ich muss mal ein paar neue Eiltränke finden Glaub ich Ähm Die halte ich mal So Handel Den verkaufen wir Den verkaufen wir Den verkaufen wir Und das sollte es dann gewesen sein So Die Schwesternschaft heißt euch willkommen Ja, gib mir mal was Vernünftiges 109 Leben 109 Leben 109 Kältefeier Feierfeier Ich nehme die mal So Dann müssen wir noch Wo ist denn jetzt Hä Da Mein Gott Kohle einzahlen Mein Gott Ähm Und dann können wir uns wieder in die Schlacht begeben So Irgendwas, was wir hier Wir machen uns wieder auf die Schlacht Die Die Sehr Das Wie funktioniert Das Wo ist der lich Das Ne so ein Idiot. Jetzt ist aber definitiv zu viel los. Da gehen wir jetzt erstmal ein Stück weg. Da ist er. Den will ich haben. Da ist noch so einer. Schlüssel habe ich jetzt noch mehr ausgemacht. So. Dann können wir jetzt hier ein bisschen sachen. So. Und dann können wir das machen und das machen. So ein guter Eisenhut. Der tassiert mich jetzt gerade nicht. Und dann gehen wir jetzt hier unten lang. Stattportal ist immer gut. Grund ist auch immer gut. Ein Eisenhut. So. Ihr merkt die Level werden immer größer. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Elf. Gucken wir mal. Zack. Zack. Zwölf. Haben wir jetzt immer schon am Maximum. So. 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 Die wieder. Die mittlerweile ziemlich nervig und lästig werden. Ja komm her. Da. So. Ich könnte mittlerweile eine zweite brauchen. Aber ich glaube. Das dauert noch bis wir die zweite dazu kriegen. So. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Jetzt mal ein bisschen untypisch. Krasen wir jetzt schon die. Inneren Bereiche ab. Und ich denke mir. Hier dürfte das ein oder andere noch auf uns klauern. So. So. Hier waren wir schon. So. 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 Und jetzt? Ich denke. Das ist einfach. So, aber jetzt denke ich mir, das sollten wir auch noch haben. So, und dann können wir hier runtergehen. Da ist die Truhe. Dann machen wir hier auch alles. Dann gehen wir mal hier drüber. So langsam werden die mit ihren Fernwaffen aber lästig. Nichts mehr. Nichts mehr. Der ist gut. Da bin ich doch voll mit eins verstanden. Also so langsam gehen die mir echt auf die Nerven. Dass man merkt, dass das Level immer schwieriger wird. Ich kann mich doch langsam vor den Edelsteinen nicht mehr retten. Das ist Wahnsinn. So geht's zur Grube. Okay. Und räumen wir jetzt hier erstmal auf. Beschreibende erfahrten. Ich denke jetzt sollten wir fast alles hier sauber haben. Wir haben schon wieder viel zu viel Kohle. So. Wie gesagt, die Schriftrolle der Identifikation brauchen wir nicht. Dafür haben wir ja unseren Deckert-Kate. So. 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 Und wir sind noch im ersten Akt. So. So. Hier sind wir an der Klosterforte. So. 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 so und dann haben wir das jetzt hier auch dann würde ich sagen gehen wir zurück ich verkaufe jetzt erst noch die ganzen gehen noch zu dekart kellen gucken wir mal was wir alles bekommen feierwiderstand energie uninteressant schnellere zauberer rate uninteressant das ist alles uninteressant für uns ja dann verkaufen wir hier die ganzen sachen eben schnell das schnell und dann würde ich sagen beenden wir hier die aufnahme und gehen dann im nächsten teil wieder zurück und gehen dann erstmal unten in das portal und gucken uns darum bis dann schau